herzlich willkommen zu diesem video in diesem video erfährst du wie man es vermeiden kann schiefe fotos zu machen und das zeige ich jetzt anhand der android app camera mx die hier gezeigten inhalte sind natürlich auch auf andere foto apps und auf andere smartphones betriebssysteme und so weiter nutzbar und du fährst hier etwas dementsprechend über neigungslinien linienraster begradigung des horizonts wenn du jetzt eine weitere eine andere app foto app verwendet und der camera mx erst kennenlernen möchtest dann empfehle ich dir zuerst bevor du dieses video die anschaust mein grundlagen video die anzuschauen nämlich wieder einfacher mit der app camera mx tolle smartphone fotos macht das habe ich hier unten auch verlinkt in der video beschreibung und auch über die playlist ist dieses grundlagen wie diese einführung dann in diese app camera mx dann auch reichband dann kannst du diese inhalte noch besser nutzen ja was bietet dieses video eine schritt für schritt anleitung damit du dann auch das auf deinem smartphone handy umsetzen kannst und das halt am beispiel von camera mx fangen wir gleich an gehen wir hinein in die neigungslinien neigungslinien einblenden wie geht das man geht hier startet hier die app camera mx geht dann hier auf diese einstellungsbereich hier diese drei punkte klickt dann hier in den bereichen im menü das dann aufgeht und so lange hinein bis man hier dieses symbol sieht mit seiner leicht schräg abneigenden linie hier und vorweg die wichtigsten infos diese neigungslinien die wir hier sehen beziehen sich darauf ob du dein handy gerade hält wenn die neigungslinien eine weiße farbe haben man sieht die hier sind diese waagerechten und senkrechten linien dann hältst du deine kamera dein smartphone schief und wenn sie grün sehen dann hast du eine waagerechte ausrichtung diese neigungslinien wenn ein foto schießt werden nicht mit fotografiert deswegen rein zu orientieren damit du dich besser dann zurechtfinden kannst und dann eben diesen schiefen horizont dann vermeiden kannst schauen wir uns das an einem beispiel an ein foto mit einem geraden horizont und foto vordergrund macht bild gesund sein tipp also dann den ich dann mit einbaue wenn ein foto schießt wenn ein foto macht dann bietet sich häufig an natürlich nicht nur jetzt dass du jetzt schaust dass du einen geraden horizont dass das eine kamera also waagerecht hält sondern dass doch etwas mit in den vordergrund hinein nimmst und wenn im vordergrund etwas hast wie hier dieses blatt dann scheint das ganze foto dann dementsprechend dann anspruchsvoller das heißt es geht nicht nur darum gerades foto zu machen und damit den sogenannten horizont zu begradigen sonst geht auch darum natürlich dann den bildaufbau zu gestalten also nicht alles dann einfach in die bild mit hinein zu geben so leicht bei einem porträt foto macht sondern auch so bestimmte stilelemente mit einzubauen in dem fall eben hier vordergrund macht bild gesund also etwas in den vordergrund nehmen wie ein blatt baum was auch immer ja wie immer eine aufgabe bei meinem videos zur smartphone fotografie such dir mal ein motiv aus du kannst dich frei entscheiden welches bildformat verwenden möchtest 1 2 1 6 2 9 4 2 3 worauf du da achten sollte ist habe ich in anderen videos schon gesagt was ich dann eher eignen würde als im hochformat haben wir gesagt 4 zu 3 querformat 16 zu 9 zum beispiel achtet darauf sucht er also jetzt ein motiv blende die jetzt ist eine eigenslinien ein auf deinem smartphone und schaue jetzt einmal dass sich der himmel der fotografie ist also dann auch mit einem himmel dass sich der himmel deutlich dann abhebt vom rest des bildes und da kannst du dann auch sehr gut experimentieren und schauen und selber gut feststellen dass du einen geraden horizont hast und das nicht das bild also der himmel von links oben nach rechts unten zum beispiel durchgeht ja um es noch genauer zu sagen schau dass der obere teil des bildes nämlich das obere drittel des bildes genau schön waagrecht ausgerichtet ist ja das war jetzt meine übungsaufgabe damit die inhalte noch besser festigen kannst wir sehen uns sicherlich bei einem nächsten video dann aus meiner reihe gut fotografieren besser fotografieren mit einem smartphone danke für deine aufmerksamkeit